Moin ja ich bin schon wieder unterwegs von meinem lager zu Horniskrinde hoch denn ich war gestern abend ja ziemlich kaputt so dass ich da keine große lust mehr hatte zu filmen aber da soll ich jetzt nach da vorne erkennt man noch den Steinbruch interessant an der Horniskrinde ist auch dass es ab 1938 bis ich glaube 1945 ein Stützpunkt der deutschen Luftwaffe war anschließend haben die Franzosen noch ein paar Jahre den Stützpunkt da oben benutzt und ich glaube bis 1993 dann nochmal die deutsche Bundeswehr dann wurde der Stützpunkt aufgegeben aber es ist schon interessant wenn man bedenkt dass da eigentlich ein Hochmoor ist auch landschaftlich sieht es richtig klasse aus gefällt mir sehr gut hier so aber davon kann man schon erkennen denn drei Fürstenstein ein historischer Stein der als Grenze zwischen dem damaligen Baden und Württemberg sowie auch Frankreich diente zwei riesengroße Felsplatten und überall kann ich ein Ritzungen erkennen ein altes Wappen hier 1722 soll das wahrscheinlich sein Wahnsinn aber hier sieht man noch einen Teil der alten Anlage der Armee hier ja 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 so und da drüben müsste irgendwo das Moor sein da gibt es einen schönen Pfad den werde ich nachher auch noch beschreiten aber jetzt laufe ich hier erst noch in der alten Militärenlage vorbei mittlerweile ist natürlich alles hier schon zugewuffert und verwachsen klar wenn kann immer hier ist er das regelmäßig benutzt dann jetzt ja 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 So und hier kennt man jetzt so gut, dass das ganze hier ein Moor ist, über all die kleinen Tempel. Ich habe gestern Abend gar nicht registriert, was für eine geniale Aussicht man von hier oben hat. Absolut genial. Da vorne auf den Turm, da werde ich jetzt auch noch hoch. Wie haben wir jetzt hier ein? Die Ohrste. Die Ohrste. Die Ohrste. Die Ohrste. Untertitelung des ZDF, 2020 So, also ich lade jetzt mitten durch das Moor auf so einem Weg, da vorne sehe ich schon ein paar Dielen, absolut klasse, schön hier. So, also ich lade jetzt ein paar Dielen, absolut klasse, schön hier. Hier sieht man ganz schön, wie jetzt so ein Moor aufgebaut ist. Direkt unterhalb der Rhones Gründe, hier kann man schon erkennen, mein nächstes Ziel, der Mummelsee. Okay. 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 Okay.